Und diese beiden Herren kennen Sie natürlich auch. Top-Schiedsrichter-Team in Österreich, international sehr erfahren. Er schluckt ein bisschen, Rado Brugic. Vielleicht hat er schon eine Vorahnung, dass er die eine oder andere sehr knifflige Entscheidung heute wird fällen müssen. Schön, abgespielt von Haidu. Schön, abgespielt von Haidu. Da vielleicht schon die 6-Meter-Linie beim Laufen leicht gekratzt. Im Spiel von Krems. Oh, kein Foul, Pfiff gegen Schmid, der das sagt. Wieder raus auf Raschle. Natürlich, Offensiv-Foul wird da gegeben, Offensiv-Foul. Nikolic, der in der Partie ist, haut sich da rein in den Wurf von Raschle, der noch dazu trifft. Und der Jusuf Rodzic zieht hier ein Offensiv-Foul. Wieder raus auf Raschle, natürlich, Offensiv-Foul. Dognitsch ist cool, dreimal hat Schimek verwerten können, aber das heißt bei Golub Dognitsch gar nichts. Das heißt gar nichts, und da ist... So, jetzt müssen sie beratschlagen, hat sich der bewegt? Nächste, wo ist er, wo ist er, Marco Sch... Naja, der war eigentlich seitlich, der war eigentlich seitlich, an die Schulter hätte ich... Naja, der war... Du kannst ja nachdem, was er... ... und das war eigentlich seitlich, an der war eigentlich seitlich, an der war eigentlich diesen Kuss. Vielen Dank.